also wie das aussieht wie denn also jetzt muss ich ja nichts sagen ist das nur zusammenspiel ist das zusammen basteln ja wir müssen zusammen das lösen als warum es geht und kann uns auch gegenseitig beschneiden wo ein wasser richtig muss ich beschneiden die schneiden man denn so alter hat mich so viel beschnitten das musst du bei mir aber auch wegschneiden das funktioniert aber nicht was ich da nicht mehr rein jetzt musst du mich beschneiden du musst dich jetzt neu machen genau das sollten wir erstmal dass mich in die form reinstellen und dann schneidest du einfach weg musst du mich beschneiden jetzt passen wir wahrscheinlich ja mein schatz ist ja das ist blöd na das hat dieser flüstermodus doch mal so weil mir wird angezeigt man schaut es da du hast 31.452 rivalis du kannst auch rotieren ich muss mit der schultertaste schultertaste drehst du dich du bist doch wirklich noch wenn du bist ich dran guck mal dein arsch guck raus was man erst nennen kann herz aller liebst das spiel warum ist denn das spiel jetzt so religiös weiß ich nicht also wenn wir schneiden du musst es auf mich drauf ich muss ja schultertaste drücken du kannst mich doch jetzt nicht beschneiden das spiel hat keinen bock mehr das macht er ja den scheiß alleine das spiel hat keinen bock mehr ein bis zwei spiel das ist das nächste du musst da rein dein arsch guck nochmal drauf ein zitat aus dem film laut metal mars das ist ein zitat aus dem film okay dann hab ich auch ich weiß nicht was für filme metal mars guckt aber das scheint ein zitat aus dem film sein den metal mars guckt du kannst doch nicht ich drücke den ganzen knopf hallo du hast angefangen ich schneide nur zurück du musst jetzt hoch ja ja jetzt stresst mich doch nicht so guck mal jetzt jetzt musst du da stehen ich muss mich jetzt du musst dich bücken ich muss vor mir her bücken ja ich muss mich bücken jetzt tue es ja und jetzt muss ich mich gleich bücken jetzt muss ich mich hier jetzt muss ich mich bringen du musst jetzt hier oben abschneiden und jetzt musst du wieder in die front ja man könnte aber meinen dass es so viel ist ne was ist das Papagei Papagei? ich muss aber dazu sagen ich bin dort so schlecht weil mir der Sekt in den Kopf gestiegen ist so ein bisschen wir haben ja passend zur Lady Knight haben wir ja eine Flasche Sekt geköpft den selbstkantierten selbst hergestellt Le Chateau beste Feinde Rue Burgunder Jahrgang 2023 und ein ekelhaft schmeckender Sekt um sich mal ordentlich wegzuschädeln passend zu nix guck mal ich hab dich jetzt zurecht geschnibbelt jetzt musst du dir das Glühwürmchen einfangen und hier rein buchsen Masturation danke fürs einschalten viel Spaß noch schönen Sonntag noch schönen Abend noch schönen Abend noch schönen Abend noch na warte ich mach mich mal was muss man denn tun noch einmal du musst das Glühwürmchen einfangen und jetzt zur Glühbirne bringen ja fast jetzt geht sie in der Nacht hei hei und du kannst dich drehen ne Schultertasse geht nicht eine Schultertasse nicht die ach so jetzt für dich yeah gut gemacht plus minus zum Wortwahn boah ist aber ganz schön kompliziert klingst du? oder es liegt am Alkohol es liegt am Alkohol es liegt am Alkohol oh wenn das auch das ist was ich meine dann haben wir jetzt auch noch was guck der schreibt auch see you ja aber dadurch dass er see you see you geschrieben hat hat er obwohl ich weiß nicht ob der Chat das blockiert hat ich glaube aber nicht habe ich das hier ich würde es bitte mir wahrscheinlich anzeigen so was will ich noch tun ah ne scheiße mach nochmal y du musst in mich eindringen und dann schneiden ja ich versuche in dich einzudringen wie dring ich denn in dich ein und dann würde ich den Ball auch fragen du sollst mich doch nicht komplett zerstören du hast doch gesagt du hast doch gesagt du hast doch gesagt du musst y machen um dich wieder vollständig zu machen oder soll ich dich beschneiden warte mal was müssen wir denn drücken ah ah um zu schneiden das könnte auch passen aber jetzt habe ich ein Problem dich zu beschneiden mal guck mal was müssen wir denn tun wir müssen erstmal das Radiergummi drücken achso und dann müssen wir den Ball fangen und jetzt muss der in den Korb rein ja spring mal vielleicht geht er da schon wie siehste Basketball Pro du bist der der den Knopf nicht du vergisst das haben wir noch geschafft ja besonders gilt das tötet Menschen ja das funktioniert ja nicht wick dich mal du kannst doch nicht machen jetzt rollt der runter wir kriegen das auch so hin fang, fang wir sind solche K.O.E. ja wieso haben wir noch geschafft boah echt der Helium hat doch alles funktioniert ja K.O.E. wir sind C.O.E. K.O.E. K.O.E. ohne Ende nein was hast du getan du hast gedrückt ich hab nix gedrückt du hast voll gedrückt du hast voll gedrückt ey ja Level beenden das hatten wir schon 2000 ey das muss ich auch mal setzen ohne dass ich vielleicht wieder was verliere mein glück ey ich beneide dich Metal Mars mein Schatz das muss er tun wir müssen jetzt hier irgendwie rein passen das Radiergummi müsste er machen wer schneidet wen ich schneide dich dann hat er halt mal gedrückt oh warte mal ich glaube wir müssen irgendwie hier warte lass nicht aber ja jetzt sabotierst du uns achso das ist um das zu erneuern ich glaube wir müssen gut gemacht gut gemacht gut gemacht gut gemacht ja ja mein Schatz hat verloren was müssen wir machen was müssen wir machen achso ich bin super aufmerksam heute bitte bitte führen sie ihre Aufmerksamkeit auf das Gerät und der Gerät wird niemals müde ja der Gerät ist immer pünktlich bei der Arbeit guck mal was ich finde ey hast du auch drückt die ganze ich schwörse ich drücke die außerdem die ganzen 50% dran ich drücke die ganze warte doch mal ich bin doch nicht gut ey ich will doch nur leben wieso hat er mich nicht getroffen ja du kannst ihn wirklich setzen warte 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 jetzt wird aber er kann dich ja auch greifen Er hat doch Angriffsfläche. Und den Ball da rein. Wir sind solche Nullen, ey. Das ist aber schon interessant. Ohne Scheiß, für das Spiel muss man studiert haben. Ach ja, hast du ja. Auch wenn das nicht so aussieht, ich habe studiert. Du bist derjenige von uns, der studiert hat. Guck mal, wenn wir drauf gehen, dann wird hier eine Brücke aktiviert. Sprich, wir dürfen nicht da drüber sein. Ne, wir müssen da drüber sein. Ja. Also. Ey, das stoppst du aber. Warte, 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 ich beschneide dich. Wir sollen jetzt gucken, dass der Ball da durchkommt. Ah, wir müssen hier so eine Rampe bauen. Schein. Mach. Sind wir Brains, ey. Ja. Wenn Dennis das jetzt sehen würde, da würde Tränen weinen. Man muss aber den Knopf drücken. Ich bin der, der nicht Knopf drückt. Ja. So langsam haben wir es drauf, so ein bisschen. Nein. Nein. Wieso drückst du den falschen Knopf? Danke, mein Schatz. Das war Danke, Metal Mars, für diese aufmunternden Worte. Ja. Ihr seid die besten. So, das Level hatten wir doch gerade schon. Ja, deswegen ja. Warum wähltest du noch aus? Ja, weiß ich doch nicht, warum du das auswählst. Dieses Yeah, meinte ich mit aufmunternden Wort. Also langsam haben wir es. Okay. 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 Ich glaube, wir müssen die zerpieksen. Nein. Stimmt gar nicht. Wir müssen die hier nicht zerpieksen. Guck mal, hier sind Haken. Wir müssen uns jetzt zum Haken machen. So, wo musst du da irgendwie rein? Und dann? Äh, ja. Und dann? Für den anderen Ballon da, oder? Weiß ich nicht. Oder hast du nicht gelesen, was da... Da stand ja auch gar nicht. Das war nur mit Jesus mit Kieksen. Jetzt hast du den. Komm. Vielleicht müssen wir den zerpieksen. Ja, dann hol mal runter und der andere pieks. Hol mal runter. Okay, ich hole runter. Hol mal einen runter. Ja, da kenne ich mich aus. Ich glaube, du musst nochmal neu beschnitten werden. Ja, das ist aber das Spiel. Da würde ich gerade sagen. Also, jetzt hast du... Das ist gerade. Jetzt muss ich den... Komm mal runter. Nein, ich kann den dort zerpissen. Ich hab da auch. Jetzt hast du ihn verlassen. Ich mach dir mal eine spitze Kante. Ja, warte. Mach mich mal spitz. Ja, warte, spitz genug. Warte. Oder soll ich den mal runterholen? Du schaffst das. Ja. Das ist aber ein superinteressanter Spiel jetzt. Wenn man so einmal den Dreh raus hat und sich reingefuchst hat. Nein, 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 nein. Ja. Nebeneinander, ihr Ferkel. Was denn? Was meinst du mit, mein Schatz, ist da mit nebeneinander? Warum sind wir Ferkel? Das ist eifersüchtig. Das ist eifersüchtig. Metal Mars, vielen Dank nochmal fürs Einschalten, fürs Beteiligen, fürs Zugucken. Schönen Restsonntag noch, schlaf gut, angenehme Woche. Richtig. Kann ich wie du anschließen. Danke nochmal für die Einladung für deinen speziellen Sondersprim am 19. Fünften. Nein, das ist dran. Aber wir müssen uns, guck mal, guck mal, wenn du mich beschneidest, dann beschneidest du auch das. Das ist die Eule. Das ist ein Muss da rein. Schneid. Du sollst das schneiden. Wieso soll ich schneiden? Weil das doch zwischen uns herfrischen muss. Jetzt ist es zerbrochen. Ah, verrückt. Ach, was sieht die Idee? Guck mal, guck mal, guck mal. Ich fürchte, wenn wir jetzt uns weiter drehen, dann zerbrochen das wieder. Ja, dann geht es. Oh. Boah, ich weiß nicht, wie viele jetzt da sitzen und boah, seid ihr doof. Nützlich halt. Da sängen die wahrscheinlich schon den ganzen Arm. Ja. Und bei mir. Dreh dich, dreh dich! Ach so. Das hab ich voll gut gemacht und du hast dich nicht geredet. Ja, du musst auch mit mir reden. Hab ich doch. Red ich. Wollt haben wir denn... Red ich! Nein! Ja! Du hast mich nicht... Du musst mich beschneiden. Du musst mich beschneiden. Das ist nicht verrückt. Wir müssen in die andere Richtung. Jetzt musst du das fangen. Mein Schatz ist da. Ich hab kein Gefühl. Ich mach alles mit schitterer Gewalt. Du? Ja, mein Schatz ist da. Ich hab gerade mehr Gefühl. Ja. Mein Schatz ist da. Kennt ich. Oh, warte, warte. Ja! Wir haben die Küken gerettet. Kleine Papierküken. Ach, es geht noch weiter. Ich glaube, dass wir jetzt beide etwas zu... Zu sehr beschnitten sind. Da haben die voll viele Eier schon zerdeppert. Alter, das ist gerade so ein Brainfuck. So Eierlauf-mäßig. Geh ich mal schneller? Ja, warte, 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 ich muss die beschneiden. Wenn wir zu lange brauchen, dann fass das auch das Ei. Yeah! Ja, ich bin absolut nicht gut zu vögeln. So schlecht, das muss man mal erlebt haben. Bist du mir zu sehr beschnitten? Ich bin mir zu sehr beschnitten. Oder tu zu wenig. Du bist so sehr beschnitten von mir. Ich bin mir zu viel. Ich bin mir zu sehr beschnitten. Ich bin mir zu viel. Ich bin mir zu viel. Ich bin mir zu sehr beschnitten von mir. jetzt glaube ich jetzt musst du müsstest du mich beschneiden du hast doch unsere manik ist das spiel verwirrend alter das ist so viel weg so wenn wir machen so jetzt lässt das eider reinlaufen und drehst sie doch genau versuchen wir mal ja du hast mir zu viel weggenommen warte ich mache mich wieder neu so ich dir noch ein bisschen von direkt nehmen wir zu viel weggenommen da bin ich noch mit ich kann mich nicht weiter drehen du kannst du zurückdrehen kann mich gar nicht drehen gerade sie sind dass ich mich da links drehe aber rechts nicht so langsam aber sicher jetzt doch danke für den lörk es war noch leid sehr gut mein schatz ist da herzlichen glückwunsch für deine rivalis setzte sie weise ein zum beispiel für sound genau die nachricht ist geil oder das meine leid trifft guck mal guck mal guck mal guck mal wir müssen uns weiter kommt zu dir musst du mich wieder beschneiden oh nein zurück ich wollte gerade sagen warum tust du so wie wie wäre das nicht was war das denn genau zunge raus konzentration ich glaube du bist nicht perfekt ich habe dich beschissen ich glaube ich bin ein bisschen drin ja läuft ja läuft läuft bei uns ups das tut mir aber jetzt leid dann bin ich einmal kurz nicht aufmerksam ja pass auf nein sie ist weg wir können uns gar nicht mit sich beschneiden wir haben heute noch gar nicht deswegen ne stimmt was jetzt ja du musst jetzt die bowlingkugel auffangen und dann ja hier in den korb auf dich drauf verlieren solltest du sie vielleicht nicht ach wirklich guck mal ob du backern kannst ach gar nicht das kannst du doch ne ich bin ja kein du gehörst du noch zu der generation die das kann du meinst ja nicht drauf springen genau ich stelle mich jetzt hier hin und zu sein und zu sehen hoch das hat so ein bisschen was von von gambol genau mein schatz ist das wir wechseln uns jedes mal ab jedes mal kommt ein anderer gast ähm gut jetzt mittlerweile dadurch dass es in letzter Zeit gefühl zu aufsorg haben gehen uns so ein bisschen die gäste aus aber wenn wir halt im prinzip alle die wir im kopf haben durch haben dann wechseln wir nochmal einmal durch dann kommt christoph vielleicht nochmal wenn er Lust hat der lapper kommt vielleicht nochmal wenn er Lust hat der daniel der letzte woche da war kommt eventuell nochmal wie gesagt die rex dann so ein bisschen soll ich das mal machen auch versuchen ich weiß nicht ob du vorhin vorhin ja ich weiß nicht ob du vorhin schon da warst wo ich das erzählt habe aber du musst mich doch nur beschneiden musst du nur beschneiden damit die kugel bei mir landen kann denn es sage ich schon ja denn es und das nächste mal oder wie nächste woche hatte ich wollte eben eben die eine Sache zu Ende erzählen so ähm nächstes mal also äh um zu Ende zu führen ich gehe mal davon aus dass es mit Dennis okay ist wenn ich das sage aber wir haben jetzt in Zukunft vor wenn wenn Dennis oder ich am Sonntag fehlen dass Dennis und ich dann halt den Samstag vorher zusammen spielen so dass Dennis und ich einmal pro Woche sofern jetzt keiner im Urlaub ist oder länger weg ist dass Dennis und ich regelmäßig oder dass wir zumindest einmal die Woche gemeinsam streamen und wenn wenn Dennis und ich am Sonntag halt fehlen kommen wir zum Gast halt dazu und nächste Woche ist Dennis auf jeden Fall wieder zurück ähm da spielen wir wie eigentlich schon vor vor ein paar Wochen geplant Rocket League versuch mal äh äh wie geplant Rocket League zu spielen offline und online Gegenden down zusammen das ist auf jeden Fall für die nächste Woche geplant ich hoffe ich konnte dir jetzt weiter ein bisschen wir sind durcheinander weil ich hier ein bisschen konzentriert bin leider ja da sind die falschen Spiele eigentlich für den Chat für den Chat ja gut aber das finde ich einfacher als bei bei Mario Kart Mario Kart war es ja noch schlimmer ich habe mich vor euch bei denen ich hoch komme ich kriege bei dir kein hoch ich kriege bei mir kein hoch ich beschneide mich nochmal warte komm versuch es zwar unterm Netz ich habe vorhin auch noch ein bisschen zugegeben ja ja das Problem halt dieses Mal ist jetzt der dritte Sonntag wo wir halt mit Gast streamen und das war uns halt so ein bisschen langweil weil eigentlich die sind sehr beste Feinde Dennis und Gustavo und nicht Gustavo oder Dennis und Gast Dennis und Gast und äh das mit dem Gast werden wir auch weiterhin machen weil wir finden es immer noch wie eine sehr gute Idee und dadurch dass jetzt drei Wochen hintereinander war ist halt so ein bisschen ich muss sie noch ein bisschen mehr beschneiden und versuch mal dein Glück ah ok die wir nochmal wir müssen jetzt den Stift anspüchen oder ja den Stift zum was mit der Kugel das war nicht geschont das wollten die so das war das war geplant das war genauso geplant das war genauso geplant das kann ich auch vor ne Redesmannschaft sehr gut ja finde ich auch das ist Teamplay wenn Dennis das jetzt anders machen könnte das ist Teamplay ja das ist mit Dennis immer so ein bisschen schwierig ach mit dir nicht ne ich bin total der Teamplayer merke ich guck dir die Streams an dann bin ich immer der Erste der genau ne ich denke nur an den einen Stream der mich total geschockt hat geh mal da vorne und dann fliegt der Molotow und der brennt ja das war aber aus Versehen mit Sicherheit das bin ich überhaupt nicht nach mir achso was müssen wir tun was müssen wir tun das Kindchen wieder da das Blühwürmchen dafür hab ich dich ja grad so schön beschnitten dafür hab ich dich ja grade schick gemacht auf jeden Fall ein interessantes Spiel muss ich echt äh ja wir müssen das kaputt machen wir müssen das kaputt machen ja dann können wir gleich wahrscheinlich das Blühwürmchen damit befreien und das Blühwürmchen muss da rüber ich wollte jetzt hier nichts leiden ich wollte jetzt hier nichts leiden so jetzt müssen wir mal wieder zurück ich glaube das wird scheiße versuch mal bei mir so ein Loch reinzuschneiden ein Loch du weißt was ein Loch ist ne ne damit ich den fangen kann ja genau sowas in der Art dreh dich noch ein bisschen du musst tiefer schneiden das war zu tief so ja das könnte funktionieren habe ich den jetzt habe ich den jetzt das müsste man mal ein bisschen nachschneiden ja ich glaube das wird da jetzt zu schauen bleibst du drin warte mal was machst du da? ich wollte dich beschneiden dann wolltest du mich beschneiden dreh dich mal in welche Richtung? das würde funktionieren das wäre oh was machst du da? ich denke du willst du mich beschneiden ich habe einen falschen genug getrieben so möchtest du nochmal an meinem Schleckstängel lecken? möchtest du nochmal an meinem Schleckstängel lecken? hast du einen? ja der ist nur für VIP der ist nur für Erwachsene oh du schimmelsprie komm hoch ich glaube hier müssen wir wieder zusammenarbeiten weil ich einen Sprung nicht schaffe wir haben es gerade zerquetscht wir haben es gerade zerquetscht das hält nicht so für Liebe aus bitte ich habe es du auch? nein haben wir nicht das tötet Leute oh 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 das tötet Leute war das da aufgezogen? nein 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 das ist oh ich bin auch zu rösig ey schubst es nach oben ja geschafft mit vielem Gefühl geschafft mit viel gefühl ja wir sind total die glühwürmchen zerquetscher mann schatz ist da was hält es denn vom sound ist der sound in ordnung so wie der wir haben vorhin schon noch gefragt aber ich habe zu viel weggeschnitten ok Weil hier sind sehr viele Nebengeräusche. Achso. Aber er denkt, es denkt, ist gut. Sie, er, es. Wie er, sie. Wir sind alle mein Schatz. Vielleicht ist er auch divers. Ja, sag ja. Es. Wir sind alle mein Schatz. Du hast meine Ei, ich hab dein Ei. Ist man wohl beide gleichzeitig? Also ich kann mit Eiern um, du auch. Mein Ei muss, das blaue Ei muss. Ja, wir sollten ein Ei für Ei machen. Ja, sollten wir vielleicht mal versuchen. Ah, macht doch das Ei nicht kaputt. Warten wir uns vielleicht nochmal beschneiden? Wie fern? Dass ein Ei besser wandern kann. Dass ein Ei besser wandern kann. Oh, Junge! Komm, mein Eier tanzt. Blumpsa geht rum. Ja! Ah, wir haben es gleich. Alter! Nein! Wir haben eine halbe Richtung gedrückt. Sorry! Waren wir beide zu dreuer Sicht. Sie bitte. Mein Schatzes hat es bestätigt. Es ist nur Sie. Okay. Wir waren uns nicht sicher. Ja, weil es nie irgendwo aufgetaucht ist. Weil es nie irgendwo aufgetaucht ist. Weil es nie irgendwo aufgetaucht ist. Jawoll! So, ein Ei her. Ich muss ja nur noch ein Ei in Sicherheit bringen. Ich habe ein Ei anwandern. Ich habe ein Ei anwandern. Das erklärt seine Blähung. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Whoa! Um jeder geschafft! Du wirst wohl wissen, ob du Sie, Ess oder die Werst bist. Ach so, jetzt haben wir nur andere Figuren. OOHO!! Der von links nach, äh von rechts nach links? Ich hätte mich schneller drehen müssen. Warte! Nein, das war zu viel. Ich hab' die Schiffriebeschnitten. Ich weiß, was wir uns hier so Eierbecher machen. Wir müssen Witze raushauen, wir müssen lustiger sein. Wir werden gerade echt langweilig. auch junge ich mache das immer so mit auch ein eierbecher aus dem machen mach aus mir ein geh herunter wir sind so ja 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 jetzt musst du denn jetzt gibt es Mit der Schwung? Mit der Schwung? Oh. Das war der Schwung. War nicht? Ach so, sorry. Alles ist gut. Ich meine, zu drösig das Falsche. Vielleicht soll ich diese eine komische Kante wegschneiden. Ah, weiß ich nicht. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Ja, genau. Ich brauche keine Hilfe. Oh, ja. Yay! Das war eine schwierige Geburt. So, ich würde vorschlagen, wir machen noch ein Rätsel. Ja, und dann machen wir Feierabend. Dann machen wir Feierabend dort. Wir haben die Leute genug gelangt. Wir haben niemanden gelangt. Nein, wir sind noch gar nicht fertig. Da sind wir noch gar nicht fertig. Nein, da kam noch kein Gut gemacht. Ei, 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 ei. Ich müsste zwar auch gut mit Eiern können. Ja, eigentlich schon, ne? Ich bin zwar nicht gewohnt mit so großen Eiern zu arbeiten. Nein. Du hast ja die Handtaschen-Fraktion oder was. Ja? Oh nein! Nein! Du hast dich zu schnell gedreht. Boah, ist das Spiel super kompliziert. Du hast ja die Handtaschen-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion-Fraktion. Wir tauschen Eier aus. Das funktioniert nicht. Wir haben noch ein Ei. Das finale ist ein Ungegundamosalrobix. Bis dasalte überhaupt wichtig bleibt. Nicht D. A, keiner cultiviert. B, die gegen die gefällt mir einen Einzelontok Bonnum gibt es. ich kann mit einem was meinst du damit